Oha, das sieht sehr schön aus, fantastisches Herbstklima, Herbstlandschaft, Wasser, Wow, okay, das muss man unter Wasser arbeiten, okay, das sieht aus wie Wüste, äh, was? Ich wollte jetzt nicht in der Wüste, äh, okay, da hat er in der Wüste, okay, rumge, Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt Hm, okay, Eine verbreitete Art, das hilft nicht viel Keine Abdrücke oder Hinweise, hm, hilft nicht gerade viel Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu Ah, ja Okay, interessant Die Orchidee ist sehr verbreitet, die gibt es in jedem Blumenladen Die Orchidee ist sehr verbreitet, das ist sehr verbreitet, das ist sehr verbreitet, Deine Das ist sehr verbreitete, das ist sehr verbreitet, aber wow natürlich das war die wüste das war der wald war das wasser ok schau mal das jahr an urgarmikillern urgarmikillern acht opfer in den letzten drei jahren alles jungen im alter zwischen 9 und 13 keine anzeichen von gewalt die opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen plätzen niemand bemerkte irgendwas die leichen trocken nach drei bis fünf tagen auf ertrunken in regenwasser ich finde das setting hier mit uns sehr gut alleine gelegen auf dem dünfe an der ruhe zum der killer hat einen großen aktionsradius er gewinnt schnell an sicherheit und verlässt den ausgangspunkt was das geoprofiling nicht einfacher macht das gleiche ritual ein origami in der hand euch idee auf der brust die opfer sind beim auffinden weniger als sechs stunden tot sie sind also noch ein paar tage am leben bevor sie ertränkt werden über 3500 menschen befragt mehr als 100 verdächtige verhört und keine einzige spur das ist ein ziemlich großer radius hinwes achten die karte noch mal angucken ja oh nein schon wieder ich wasche mir lieber das gesicht ist das er ich muss etwas nehmen ich werde sonst unmöglich alles ok ich weiß ich schaff das ich weiß ich muss durchhalten ich kann es das wird noch gut sein revier wirst ja wohl nicht ich fühle mich scheiße ich 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 brauche es nur das eine mal nur nicht durchdrehen ich brauche es nicht ich brauche es nicht ja was bist du richtig oder was ist alles in ordnung zu zu daher ich alle auf Los rein dort! Das Düsten! Das war doch ein anderer. Der mit dem ist rum, der verschwunden ist, das war ein anderer. Was sehen wir jetzt hier? Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag mit dem Sohn. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Ähm... Das war schon spät. Das war ziemlich... ziemlich, ziemlich spät. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Ähm... In braun. Und eine Hose. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Äh... Ich würde sagen... In beige. Hä, ich habe doch schwarz gekickt. Er konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merken. Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Hat Karussell geblieben, keine Spaziergang und auf die Bange zu kommen? Ähm... Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und... schon war weg. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich... Keine Ahnung. Ich war in Panik. Ich weiß es nicht. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Maas? Irgendeinen Grund wegzulaufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Er hat irgendwas... Es gab irgendwas, ein Problem. Es gab irgendwelche Probleme. Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay. Das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben... Glauben... Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie... Vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Aber der Hund... Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch vier Tage, um Ihn Leben zu finden. So... Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Wenn man solche Wahrnehmungsstörungen hat, wie er. Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Sie macht uns nur Vorwürfe wegen... Jason heißt er, hat sie dafür gesandt. Ist die Trennung deswegen passiert? Das wird Jason bei einem Unfall. Da kann ich ja nichts für. Ich weiß nicht, nein, mein Lieber, yo tinyo. Wer Mensch nicht weiß,asons Andy. Appel von寸 Wild... Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Falle des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Ah ja, mir passiert auch gleich noch was. Das ist aber zu überlegt. Na toll. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du tau? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie... Verdammte Chips. Kommen Sie her. Wir gehen hier noch drauf. Hände hoch. Hände hoch. Keine Bewegung, ohne ein Schieße. Sind Sie taub? Ich sagte Hände hoch. Wir gehen hier wirklich noch drauf. Ich will Sie. Ich schieße. Na komm. Es ist nicht daran drauf gehen. Wenn Sie die scheiß Hände nicht hochnehmen, schieße ich. Im Ernst, ich blase die Hände los. Eine Sache mal. Alter, Schwede. Was zum Henker war das gerade? Weil ich es nicht geschafft habe, die Hände hochzuheben? What the fuck? Spiel? Äh, was? 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 Wir haben die ersten Charakter verloren, weil... ...weil die Quick-Dame Events zu scheiße waren. Ich werde den Notarzt rufen. Ah ne, er ist nur angeschossen. Nein, schon gut. Nur ein Streifschuss an der Schuss. Wie scheiße war das bitte? So ein dämlicher Penner. Können ich mal richtig schießen? Danke, für Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Oh, mein Junge. Für den vermissen wäre es angewiesen werden. Im Schamsfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber... ...es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Äh, darf ich? Das ist relevant. Warum hast du es zurückbehalten? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Eine Weite hoch. Mir hat er nicht geholfen, Rese zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Sherby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geändert. Ich habe mich geändert. Mittwoch, 2 Uhr 44. Das ist gut Die Ex von dem Typen, der das Namen hier immer noch eingeprägt habe, vielleicht wurde auch noch nicht gesagt. Dann lebt sie ziemlich noch Serios hier, während der an der Burgbude warten muss. Abhängend. Fernsehprogramm zu Ende. So, wie wäre es, wenn wir uns mal was zum Anziehen holen? Dann wollen wir ins Bett gehen. Achso, ja, das Bett geht seit 2 Uhr nachts. Macht Sinn. Dann gucken wir uns hier erstmal nach oben. Die Tür ist abgeschlossen. Und die Tasse im Mikrowander. Noch ein Nachtsnake. Nichts drin. Das war Watzpunkt, die der Blick dort drüben. Es wird noch guseliger. Ich dachte, wir haben die Türen kontrolliert. Okay, da ist doch wer. Die Tür mal kontrolliert, oder? Dieser Platz. Erstmal aufs Klo. Nichts viel dabei offen lassen. Das wird ein Pisten erschlagen werden. Das macht es doch nicht so gruselig. Das macht es doch nicht so gruselig. Das macht es doch nicht so gruselig. Wenn ich halt, warte mal rauskomme. Oh Mensch. es ist so spooky mit den gröschen die sie mal zu hören den grüchen müssen jetzt nicht unbedingt ach du scheiße mann vielleicht doch was gesehen was menschlich ist hier ist zu hier ist niemand da muss doch gleich was passieren wir sollten hier mal aus dem fenster gucken mit dem rücken in den raum das soll schon schief gehen kühlschrank noch mal den kühlschrank zu hey scheiße hier ist doch hier ist jemand in der wohnung das telefon auf dem tisch ich könnte hilfe rufen das ist jetzt erst auf dem fenestream und da ist der einzige weg nach draußen wenn ich sie erreiche habe ich noch eine chance hier ist es Ach du Scheiße! Große Güter... Das war also nicht nur Einbildung Smearer Das ist nicht schlecht Oh Scheiße Schnell raus hier Oh Scheiße Was? Warum? Warum sind die hier? Was wollen die mit uns? Was? Weg hier! Das ist ein sehr creepy Traum Und das passiert dasselbe in real life Das passiert dasselbe in real life Das passiert dasselbe in real life Also nicht in real life in Cree Jetzt während so ein nass Nach der Platte Traum Wenn du aufgewacht hast Oder auch nicht Untertitelung des ZDF